hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft exit heute ist das immer wieder online und diese folge noch im nether und ich hoffe es ist keine netzgar spinnen wir brauchen wir jetzt bis ins tag aber auch noch mal ich wollte kuba suchen wo ich nieder sprung das aus da sind wir also sind wir wach total ok auch jetzt einfach laufen und dann auf der drücke zurück ok wir haben uns und habe ich ganz oft gestorben ok gut weil ich bescheid wir brauchen wir uns kurz mit dem akkub wir schon wieder drauf gehen ich bin so sicher bitte nicht dauernd dann ist diese schweizer tönnis und kein nützen hat ich glaube dass er drauf aber irgendwie benutzen da habt ihr auf jeden fall zwei stück das reicht glaube ich nur noch hier ging es ist nicht von einem weg und jetzt hätten wir ein kubalz sollte man dran kommen ohne probleme wir haben ja keine blöcke scheiße wo soll ich das denn jetzt schaffen äh ja gut ne hehehe cool ich bin ruhig auf dem lavasee ich bin ruhig auf dem lavasee wow da 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 was mach 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 die kann man eben mit dem scheiße 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 aber ich wollte diesen bomb haben ja geil ja geil oh mein gott da sind sie wieder das ist ja scheiße spinnen ey ich die hasse oh ho 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 da kann ich was mal abbauen damit kann ich mich fortbewegen ich hab niemals gelobt dass ich da ist es soweit soweit kommt ey oh zwei ist nicht viel wir haben acht planks damit muss ich jetzt umgehen mit vier herzen ach du scheiße ey der nether ist die hölle des behandeln ist unglaublich muss jetzt wird dem lavasee kommen wir lassen schaffen ich muss nicht so weit hier das da bauen höhe nitro creeper äh danke wieder tot es soll einfach nicht sein ach das ist auch so ach das ist scheiße ey wenn man ein stierf denn wir also normal für die mann kopf ist ja so dass jungen anzeigen wieder aufgefüllt wird aber ich irgendwie nicht das ist warum ich muss mal kohotten sehen lassen alles verloren was ich hatte ich bin schon hier ab nein direkt und verteilt das ist das ist nicht wahr das ist doch nicht wahr das sind die kräfen damen portal im kiste kleines geschenk so schön wie geht's wollte mich aber jetzt muss ich auch scheiße wie soll ich das denn schaffen wir sind so ultra schnell die das mich in lade war euer ich wollte nicht es war so klar dass ja welche sind wir sind auch so stark die team dreht mal so ein paar leben ab direkt ohne weiteres als welchen ja nichts da oben kämpfen sagen ja das ist es das ist so scheiße wer hat diese spinnen eingeführt musste das sein das muss ja so kommen wir sind ja schon wieder ich sollte ein bisschen einfach aufgeben und später wieder kommen wir müssen was gefarmt habe ich komme vielleicht auch eventuell für den anfang hat ich die geht es hier und dann aber die ich habe euer schaden aber ich gebe es auf wir sind am anfang und fort dem wollte ich auch schon so machen aber gut wenn wie geht es oder so mir das schon geschickt hat dann akzeptiere ich das doch und jetzt müssen wir alles hier scheiße immer noch mal holz machen wir das nochmal später hier mit der kiste das wäre so ein experience bus naja die leute offensichtlich auch nein also hier drin stil ok habe ich noch ich finde eine ohne weiteres ja noch mal so eine starke zacken machen irgendwie möchte das ja gar nicht ich soll doch mal nehmen mal gucken was geht nicht schon aha wenn ich wieder mal gebraucht aber ich gebe es auch freunde hier bin ich noch nicht direkt von vorne anfangen es ist unmöglich da was zu reißen an der sei mit dem jetzt gar spinnig das ist ja so eklig ich werde mal kurz mal machen und er zeigen was die jetzt so alles gemacht hat die die so eine haus jetzt bekommen und gucken was er so gemacht hat noch oder die leute dazu hat rüstung hat er genug ja nicht genug aber ich habe schon gute rüstung eigentlich mit hier purple check jetzt brauchen wir einen nasser oh ja äh copper und wieder hier krass und ganz im öffn ich habe wie gesagt ich habe gar nichts oh man ist das bitte ey wenn sie heute bei folge 19 wir hätten es wir könnten soweit schon sein aber nein jetzt gar spinne unglaublich so wie das hier jetzt brauchen wir noch jetzt werde ich hier nicht ganz wenn wir das hier dann können wir einen stahlkopf machen und vielleicht kann man diese äh folge nochmal eine spitzhacke machen eine stahlspitzhacke dass man hier weitergehen würde das will immer echt gut sein aber ich komme halt gar nicht voran und das kann mal kann ich kann mal gerne mal den hausbau anfangen ich komme ja nicht dazu so jetzt wein damit so dann war stele pickaxe hat was ist mit noch einfach in der 1.5 weil ich glaube wir bei der 1.7 und so müssen wir irgendwie richtig hier mit ganz viel stoff arbeiten richtig mit äh alles mit äh rollen extrahieren und alles irgendwie sowas und wie wir extremer wenn wir dann auch irgendwie nur Müll bekommen haben irgendwie so darksäbiger so können wofür das benötigen eigentlich nur Müll ganz ehrlich so da sind wir mit dem Wort verdammt brauchen wir eigentlich nicht was wir brauchen ist jetzt hier so ein äh Moment hier und so und können wir nehmen und das sollte doch eigentlich klappen ne äh Schlüssel Tool Toplet Toplet Tu es ja schon mal na dann ne kann man auch richtig mit äh Dingen zu nehmen wenn wir halt das hier aber als Quai ausführen nehmen ne das wird doch ich glaube nicht warum das denn hier mal reinlegen ich muss echt mal wieder so ein komisches Ding ja craften ne das ist doch natürlich nicht aber auch niemals hier drin ey ich hätte das mal gehabt na egal mal gucken wer soll das extra finden was da was nehmen wir dann mit hier rein dann messen wir den Stein nur wieder gucken auch nicht mehr so viel ne noch alles verloren komm nicht voran Freunde egal so das und das und das das ist auch unnötige Stone schade ey äh Stick kann man natürlich nicht wo ich manchmal abdassiere das wollen wir eh nicht aber das sieht hässlich aus manchmal überall Sticks raus sinnvoller so ganz kurz hier noch die Stahlspitzhack noch zusammen mit Brass hier so 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 und dann haben wir die Stahlspitzhack wieder dann Streamshot mal machen die Stahlspitzhack und dann die Stahlspitzhack die Stahlspitzhack und dann wenn euch das Video gefallen hat dann lass eine positive Bewertung da abonniere nicht vergessen und tschüss